Hallo da draußen, schön, dass du reingeschalten hast zu einer weiteren Folge, jagt uns mit dabei, der gute Flasch. Das ist der Zeitpunkt, wo ich was sagen soll, ne? Hi. Ich glaub, das stand so im Skript, ich kann nochmal nachgucken, warte mal. Ja, schau lieber nochmal. Nach 15 Sekunden solltest du hi sagen, genau so war das ja. Okay, wollen wir nochmal auf anfangen? Ja, können wir machen, so 3, 2, 1. Hallo da draußen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, jagt uns mit dabei, der gute Flasch-Draw. So, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hi, Leute, seid gegrüßt. Perfekt, man, guck mal, wie das läuft, wir sind so gut organisiert. Leute, ihr seht, wir fahren heute mal den RS5, oh, schön, ciao Flasch. Auf Wiedersehen. Ja, ich komm dann auch mal gleich runter zu dir. Ich zeig nochmal den Zustand, kurz das Auto, dieser Audi ist ein sehr geiles Auto, RS5, Top-Modell, wirklich auch wieder ganz fein gemacht. Und, ach, guck mal, Flasch ist wieder da. Und, ähm, ich hab mich heute mal so angezogen, wie ich eigentlich im echten Leben auch immer aussehe, wenn ich vor die Tür gehe. Und, ähm, ja, wird eine lustige Folge. Ihr seht schon, Flasch und ich sind super vorbereitet. Ähm, auch heute mit Script, wie ihr festgestellt habt, kann nur eine gute Folge werden, kurzes Intro, Leute. Bill, ihr seht wie gerade mal so angezogen, wie ihr festgestellt habt. Also, ich Prefekt ist, dass ich weiß, wie ihr mit drei Personen damit es nicht sigu biıscht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine Ahnung. Die ist halt so. Denkst du so? Siehst du den Hex-Spoiler auch hier ausfahren? Ich finde es voll geil, wenn die Fahrzeuge so automatisch Hex-Spoiler haben. Pistole ist halt, also Maschinengewehr ist halt scheiße, ne? Komm, Spoiler, komm. Jetzt kommt er nicht mehr raus. Das ist kein Bock mehr. Diese Mube. Ah, die kommt's! Hab ich nicht gesehen. Okay, rückwärtsgang. Enabled. Oh! 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 Der ist vom Baum muss an die Hausbahn, von der Hausbahn wieder zurück zum Baum. Ne, den habe ich leider nicht gesehen. Habe ich leider nicht gesehen. Amazing Grace! Amazing Grace! Walalala! Okay, wir machen den kleinen Sprung, ja? Armada hier, Bitches. Oh! Oh, komm, ich komme da nicht rüber, oder was? Oh! Das Auto ist zu breit. Das ist ein Bier. Das ist das Auto. Haha, das liegt so tief. Das ist halt voll gigant, ey. Oh, keine Lektion. Alter, warum hin? Boah! Okay. Äh. Alter, warum kann ich das Auto nicht lenken? Weil du nicht fahren kannst. Ja, voll noob, ey. Hashtag voll noob. Hashtag kacko. Wasser! Oh, shit. Ah, jetzt die Straße zumindest bald genug für mich und mein Ego. Und, alright! Oh, shit. Ah, das ist noch im Grünbereich. Ich habe vier Sterne. Ja, guck mal. Kann ich mithalten. Das Wort. Sitzt ja bei dem drin. Ah, ich will nicht, ich will an dieser Wand fahren. Aber das klappt nicht. Das ist voll schwer, man. Na gut, da ist ja keine Märchidiot. Okay, Sprung. Drei, zwei, drei Seiten. Jesus Christ. Aber wir sind zumindest oben. Nein. Oh, schade, Mann. Ich wollte da drüber fahren. Oh. Äh. Okay. Okay, nee. Alles gut. Alles gut. Holy shit. Kriegen wir noch eine zweite Chance, um diese Röhren zu fahren. Ja, alles. Ja, ja. Oh, je. Oh, 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 oh. Okay, und zurück. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, ich bin fast stript, Mann. Wahnsinn. Die Cops treffen mich ganz schön hart. Ah, die treffen in letzter Zeit alles, Mann. Diese Röhren. Was? Ich höre die Licht. What? Ich bin schon wieder down, Mann. You've killed me, Mann. Ich bin einfach nur gefahren. Oh, ich bin wieder in dieser Höhle mit diesem... Oh, guck mal. Ich bleib hier ein bisschen. Wir sehen uns gleich wieder. Dann fahren wir wieder weiter und, ähm, ich glaube, wir wechseln mal die Hupe. Mapp, mapp. Flasch hat eine normale Hupe. Hype. Ja. So wie es sich auch gehört. Mit meinem Hintern hier deine Motorhaube ein bisschen reiben. Hm. Oh Gott, jetzt hat das Auto keinen Wert mehr. Hm. Na, drüber schlittern hier. Ich hatte auch keine andere Farbe, so. Aber ich habe nur diesen grauen, was auch immer das ist hier. Ich glaube, warum habe ich eigentlich einen Rücken solche komischen? Warum habe ich zwei so eine... Ach, ich habe keine Ahnung, ey. Auf jeden Fall fährt Flasch mit der schwarzen Karre, die übelst sexy aussieht. Genau so wie... Au, wie ich. Jetzt, ey, der macht mich immer kaputt. Der macht mich kaputt. Und ich fahre mal mit diesem wunderschönen... Ding, ey. Ich finde meine Farbe, ich finde die super hier, ey. Oh, die ist echt gering. Ja, ich meine dich als Person. Ja, das ist schon ein bisschen gemeint von dir, ne. Ich finde mich leicht salber gemobbt. Kann das sein, dass es Tode vorne wieder nicht aufgeht? Doch, doch. Oh, es geht auf. So fährt man natürlich raus aus seiner Wohnung. Au. Ja, ich habe, ich habe noch nicht mal ne Garagen Einfahrt und ne Einfahrt. Oh, fuck. Oh, oh, okay, mein Spoiler war draußen, deswegen. Alles klar. Meiner ist jetzt draußen. Nein, geiler Spoiler, Mann. Uh, guck mal, Flasch. Äh, zu weit. Viel zu weit. Ciao. Ich komme mal zu dir runter. Oh, Gott, ich kann nicht denken. Ja, ist auch übel. Ich habe zu viel spät. Ich habe zu viel abfahrt hier. Ja, ich sehe dich schon gar nicht mehr so weit bis zurück. Wo ist Flasch? Ich bin auf der Straße. Okay, ich komme. Hi. Kommt da Riesenhelge, während wir düstern. Alles klar, bin bereit. Au. Okay. Let's do this. Feuer frei. Ich habe noch ein Stern. Oh, da war es. Der wollte ein Foto von dir, Mann. Sauerei, Mann. Finde ich auch nicht gut, diese Paparazzi. Ja, da war nicht gezahlt. Noch eine kurze Info nebenbei, Leute. Wer in der Nähe von Leipzig wohnt, oder sogar in Leipzig wohnt, ich bin auf der Dreamhack. Wer diese Party nicht kennt, ist eine Lahm-Party in Leipzig. Die findet auf dem Messegelände statt. Und wer sich denkt, hey, cool, Mann, dass der Ralf da ist, da sage ich mal lo. Kommt gerne vorbei. Ich sitze da an dem Streamer. Ja, ist sogar der C4 hingeklatscht. Ja, deswegen habe ich gerade überlegt. Ähm, ich sitze da an den Streamer-Plätzen mit Darlucat und Moondite zusammen. Und, ähm, der Fischkopp ist da, glaube ich. Und einige bekannte Gesichter aus Film und Fernsehen. Hey, Flas. Hi. Also, wer Bock hat und Zeit hat, kommt gerne mal vorbei. Sagt mal einfach, hey, Ralf, was geht ab? Könnt ihr mich gerne ansprechen, ist gar kein Thema. Während dem Livestream wird es vielleicht ein bisschen schwer. Aber wer mich dort sieht, da gibt es bestimmt Möglichkeiten, dass wir uns einfach mal treffen. So ein bisschen quatschen, wer Lust drauf hat. Ansonsten geht es mal weiter mit Jagd und... Oh, guck mal, Sheriff. Ja, Flaschhaut einfach mal ordentlich weg. War mal. Ah, ich habe mich nicht erwischt, der unglaublich. Wie schlecht bin ich denn? Oh, guck mal. Berge. Ja, geil. Uh, uh, nice. Uh, habe ich auch genommen, aber ich fliege ein bisschen anders als du. Na, ich habe zu steil genommen. Oh, die Kopf fahren direkt in mir rein. Und noch einer. Ja, soll ich C4 oder nicht? Ja. Alles klar. Ich habe mich extra noch so gedreht, dass du was siehst. Das war sehr nett von dir. Ja. Kann es sein, dass so ein Spoiler jetzt die ganze Zeit ausfährt, obwohl ich gar nicht schnell fahre? Ähm. Ah, es geht recht schnell so. Vorhin hat das andere noch nicht funktioniert. Oh, nice. Guck mal, da Flaschen. Oh, shit. Die Cops fahren aber auch aggressiv. Leck mich an der Dach. Na, was geht hier so ab? Ja, nicht viel. Ich versuche hier wieder rauszukommen. Oh, nein, Schild. Oh, nein, Schild. Beton, Schild. Ah, gut, die Cops sind auch hingewiesen. Ja, ja, ich versuch's gerade. Alles gut. Ah, nice. Uh, Sand King. Schönes Auto. Vorsicht, C4 dran. Vorsicht, C4 dran. Ja, ich kann. Oh, shit, was tust du? Oh, weg. Oh, jetzt hat sie zerlegt. Die Cops sind aber echt mega aggro, ne? Ja. Die Karre ist voll leicht. Rechts, fahren wir rechts, fahren wir rechts. Ich libt die voll aus, ey. Ich hab gerade einen C4 durch in die Autoscheibe komplett durchgeschmissen bei den Cops. Nice Job. Okay, alles klar. Ja, wie das ich. Wir sind bereit, Mann. Race time, race time. Wir haben eine lange gerade Strecke vor uns auf der rechten Seite vom Fluss. Gucken, wie weit wir da kommen, so. 203-feig. Oh, was, what are you doing mit 203 km, Alter? Oh, baum, 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 baum. Wasser, 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 Wasser. Oh, nein, nicht jetzt Wasser. Baum, Wasser, Baum, Wasser. Ah. Strand, Wasser. Ich bin rappt. Nein, mein Auto fährt noch. Alles gut. Oh, jetzt häng ich am Stein fest. Oh, die Cops haben mich reingedüßt. No, 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 no. Ich häng am Stein fest. Alter, die fucking Cops. Oh, okay. Allrad, 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 Allrad. Ich bin auf der anderen Seite vom Wasser gelandet. Warum auch immer? Nice. Voll U-Boot. Es ging sogar auf. Wie kommen wir hier wieder raus? Ah, hier links, glaube ich. Schön langsam, ganz ruhig. Oh, das ist ein Wanderer. Wo, 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 wo. Hier links. Baum, Cops, Daily. Fafafafafaf. Okay. Boah, die Shot-Up-Pistole ist keine gute Idee. Meister. Ja, sehe ich schon, sobald was zum Springen gibt es Flasche weg, Mann. Ja. Abkürzung, Mann. Ja, ich bin nicht so weit geflogen wie du. Bist rechts weitergefahren? Okay. Der Helikopter ist über dir. Der Helikopter ist über dir. Boah, ist hier viel los, Alter. Warum sehen hier so viele Cops auf einmal? Jesus Christ. Oh, shit, Militär. Ah, stopp ich nicht hoch. Nee, das wäre keine gute Idee, das zu Recht. Boah, dann Auspuff sieht der übel aus, wenn du Gas gibst. Keine gute Idee. Bäume! Oh, shit. Die Cops tun aber auch weh, Mann. Oh, komm schon, 3-4-Di. Alles klar. Ist das dein C4 oder so? Ja, ich hab ein bisschen C4, das war ich. Nee, nee, C4, C4. Oh, shit. Ja, machen wir das, bin ich ja auch mal auf uns aufmerksam. Oh. Dann springen wir mal hoch, oder? Geronimo. Oh, shit. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Ich hab diese Kante vorher nicht gesehen. Oh, ich mach Backflip. Boah, die sind echt ein Mega-Agro-Mann, die Cops, die rassen so hart in einen rein. Alles klar, komm. Bist du schon hochgefahren, oder? Ja, aber nur am Zaun. Ich hab's nicht reingeschafft. Oh, ich auch nicht. Nicht mit diesem Drift hier. Aber die sehen uns hier nicht. Aber ganz... Was ganz geil ist, ist bei dem Audi, dieses Allrad-Ding, äh, das funktioniert ja super, oder? Offroad. Ja. Finde ich auch echt sehr, sehr nice gemacht. Ja, wie ein Kopp, ne? Also... Ja, sieht gut aus. Die Sterne mehr. Ah, bei mir, also bei mir ist es noch voll. Ich hoffe, das wäre die erste Folge, wo wir das hingebekommen, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, das wäre eine Premiere. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir das irgendwann mal geschafft haben. Hier ist halt gar nichts. Oh. Ja, wir verliehen die Sterne gerade, wirklich. Auch. Oh, shit. Meine schönen Ladybeine. Meine schönen Ladybeine. Die Tür ist ab. Ja, ich bin der Kopp. Ja, ich nur nicht. Das müssen wir auch feiern. Okay, der Kontak ist einmal verschwunden. Ja, ich habe auch keine Stände mehr. Oh shit, eine Granatar kommt zurück. Oh. Wer kommt zurück? Wer, was, wo? Wer kommt zurück? Hey, alles gut. Was? Mein, 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 mein... Granatlauncher ist ne Kugel oben am Zaun wieder abgeprallt. Achso. Oh. Da kommt echt keiner, ne? Nö. Oh, bei mir auch! Achtung, weg, 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 weg! Mein Auto, mein Auto! Oh, shit, ich Idiot, ey. Oh, du sagst es gerade auch noch, ey. Und ich... Idiot, ey. Ja, ich hab mich selbst in die Luft gesprungen, ey. Oh, die ganzen... Militär war hinter uns. Oh, man, ey. Die waren da gerade am Stehen. So 100.000 rote Punkte. Okay. Okay. Peace. Peace. Aber ich hab keine... Ähm... Cops oder irgendwas hinter mir. Military. Naja, ich... Gut, bin ja auch gestorben. Ah, geradeaus geht's irgendwie... Ah, ja. Hm, ja. Hm, ja. Fuck. Haha, ich hatte das C4 fast getauern geschmissen. Oh, nice. Guck mal. Wir sind... Na, wir sind nur nicht drin. Aber gleich. Oder auch nicht. Äh... Bahn... Bahnversorwert. So. Jetzt holen wir uns nen Jet, wa? Gute Idee. Haha. Haha. Oh, Panzer! Hallo! Oh, ich bin... Oh, fuck, Alter. Okay, alles klar. Puh. Wir haben es nicht so wirklich geschafft. Oh, geile Aussicht hier oben. Aber war eine gute Folge, Flush. Hat Spaß gemacht. Ich muss sagen, der LS5 ist ein ganz geiles Auto. So kann ich nur empfehlen. Wer es mal spielen will, ladet es euch runter auf GTA-Mods. Ansonsten, checkt auch mal Flush seinen Twitch-Kanal aus. FlushDrawX heißt der und ich, RalfingerTV, beide auf Twitch. Wir streamen da regelmäßig. Danke, Flush, dass du dabei warst. Eine coole Zeit. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wir sind draußen und geiles Outfit, oder? Geiles Outfit. Macht's gut. Peace out. Oh, warte mal, das sind Wanderer. Den hab ich nochmal auf die Fresse. den Mixer. RIP. 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 ORAG. OLA! 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 JAPAN! OLA! Vielen Dank.